Was wolltest du vor Miami? Ich wollte nur meinem Leben entfliehen. Sind Sie gerne, Bartender? Das ist zwar nicht wirklich das, was ich tue. Das ist das, was Sie wirklich tun. Aber dann kam jemand des Weges und schenkte mir diesen unerwarteten, magischen Moment, der mich daran erinnerte, wer ich wirklich war. Komm mit mir nach London. Also los. Wieso bist du in London? Ich werde in einem berühmten Theater eine Show inszenieren. Die Menschen sind stumpf, isoliert. Wir werden diese Ladies aufwecken mit einer Welle der Leidenschaft, die sie noch nie zuvor gespürt haben. Aber ja. Lassen wir die langen vorreden. Ich präsentiere Ihnen den visionären Künstler Magic Mike. Es geht ab. Die eigentliche Frage ist, wieso lebst du sie? Niemand hat so an mich geglaubt wie deine Mom. Worum geht's in der Show? Es ist der übliche, wird sie wegen der Liebe oder wegen des Geldes heiraten, Blödsinn? Dafür entscheidet sie sich, Geld oder Liebe? Die entscheidende Frage ist doch, wieso hat sie das Gefühl, dass sie wählen muss? Für mich klingt das, als müsste sie einfach loslassen. Sie braucht einen ordentlichen... Das vielleicht auch. Du wirst den Laden nicht nochmal dicht machen, nicht dieses Mal! Du machst das so gut! Ich lasse nicht zu, dass wir das einfach so wegschmeißen. Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann, was sie will, wann sie will. Wir sind uns schon mal begegnet. Sie waren ein Cop, richtig? Haben Sie sie verhaftet? Wie heißen Sie? Kim! Es gab Verwarnung, richtig? Du wirst die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, aus. für dich dasài wow im Raum, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau ziebe, die Frau, die Frau, die Frau, Wie heißen Sie? Vielen Dank.